So, wir gehen über den Felikjoch ganz langsam auf den Lieskamm. So, wir kommen wieder in den Grababschnitt. So, wir kommen jetzt wieder in den Grababschnitt. So, wir werden jetzt hier auf den Bremsflag. So, wir gehen jetzt an den Bremsflag. So, wir werden hier noch weiter. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Hier sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Die letzten Million Kadriere sind beim nächsten Mal. Jetzt haben wir sie vor der Nase, alle miteinander. Vincent Ferrarini, Guantanero, Nordrighshöhe, Parodspitze, Signalkuppe, Zumsteinspitze und die Dufour. Prost! Und Giorgio und der Riechel.